Hallo zusammen, Aizocke hier. In diesem Video zeige ich euch die Quest, ein Hafen in Not anzunehmen bei König Rastakan in Bazar Alor, an dieser Position. Nehmt die Quest mal an und ich darf mich nun zu dieser Position begeben. Ich werde jetzt von hier diesen Flugpunkt nach Hafen von Zandalar begeben. Ich gehe mal davon aus, dass ihr den habt. Wenn nicht, einfach die Pyramide hinunterlaufen und dann hier im Kreis die Wege entlang. Die Karte ist sehr detailliert, sollte also keine Probleme geben, einen Weg zu finden. Ich laufe erstmal hier ein Stockwerk tiefer. Sterben werde ich hier nicht. Hinauslaufen. Falls euch das Video hilft, dürft ihr gerne einen Daumen hoch geben. Würde mich sehr freuen. Gleich bin ich beim Flugmeister. Nicht wundern, die Flugkarte ist momentan in der Beta Matche Grün, aber das ändert nichts an der Position des Flugpunkts. Hinauslaufen. 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 Nun ein bisschen zuschauen. Hinauslaufen. Und man ist schon im Landeanflug. Ich werde nun diesen Weg hier, also über diese Bücke nehmen. Ich glaube, ich bin eh schon auf der passenden Ebene. Sieht doch gut aus. Und ich muss die dritte nach links nehmen, also Abbiegung, also das wäre die erste, das zählt glaube ich nicht, die zweite und hier nach links, ist auch am Wegweiser beschrieben, Quicksal von der Rastari und da bin ich auch schon. Die Quest ist abzugeben bei Zolani in Zultazar, an dieser Position. Danke fürs Zuschauen, hoffe das Video hat euch geholfen, auch wenn ich am Anfang den Flugmeister benutzt habe. Ciao. 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 Ciao.